ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge und das mit dabei was sein kanal in der video beschreibung kanaligen der videobeschreibung heute wird er nicht auf den kanal gehen der ist noch alles so in bearbeitung ja an der construction weil er ist leider oder gewann der russ er gibt mir ja auch aber ich habe ein 75 schaden gedrückt die gemütliche wir haben gefällt mir fällt gerade auf das gegner team hat so mit x und z x und z x 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 vorankehren oder so was aber ich brauche unbedingt noch ich muss mir noch ein mikrofon kaufen auf jeden fall eigentlich besser funktionieren wird nur noch auf zwei noch abnicht können wir schaffen das muss das schon mal tot ein paar Wettbewerbs selber das ist auch dem hat er nicht so ich glaube ich glaube er spielt was richtig gehört wir haben um den typen gelaufen ist und mit der Waffe und das auch kommt Koppel der P7 die Geltwürttemberg zu tun muss sie gut nur und ziehen er ist wie ein absoluten in der Bühne über schießt und was Wohnungen sind die Leute war wie läuft bei ihm aber keine Hatschen das ist so zu sagen hintermarkt in dem Gang ja bei mir ist einer hier in der Wohnung ja das Hühnchen das unter anderem doch mal die fliegende Flasche da wirklich schwebt das Hühnchen ist cool das versucht zu laufen jetzt käme auf der Wohnungstype jetzt rennen wir mal vor jetzt kommt er er ist zurückgelaufen Alter die gehen die Typen schienen sie jetzt auf mich oder was langsamer das hat sie bis sie mal ich ja kam und der gelber mit blockiert bei der F7 er bei der AK das ist ein P7 hingeschmissen das Spannungsmusik die wie das mal geben wir das Go-Off ja da muss jetzt ja noch ausgesetzt muss ja noch irgendwie hinkriegen auf dem PC aufzunehmen da kann es ein bisschen Counter-Strike aufnehmen da kommt gleich so generell ein paar Spiele ich empfehlen OBS ja das könnte man kommen hat er jetzt in der Sonnenkille gemacht ja Boah ok gut 1 70 er muss 8 Parkhalter hat die Runde kriegen glaube ich ein bisschen wo er weiter genau das ist der Koppeltypen entgegen der Schreiber gegen gar nichts also der Bruder von dem ist es nicht praktisch einer 6 oder er kann ich habe eine letzte Runde im vorletzten die Wiener beim Problem mit dem Ziel der Sturm die ich angeschaut hätte so viel Assisten wenigstens was ein Assisters aber ein Assisters Bauern den Typen den Typ den Typ den du anschließt das ist der Russe der Zerbort um die Drehzahl schuss doch was in russen getötet was soll los bei dir mist unten stand auch noch mal machen also zwei stehen im bäumchen und eine unter der brücke der im prinzip schon wieder die kaktin der wiener haben also das war ein wunderschöner schuss einfach mal so pro form auf der typ geschossen von hätte gedrückt er wird bestimmt ja die darin war auf die andere richtung er wird es bestimmt und am sport kämpfen würde ich mich auch wünscht mich aber auch hinstellen versuch lassen lila vorlaufen habe ich ja vorher mit der er in der gigantischen und er macht doch jetzt hier ne aber er noch vor aber er hat man hat ein typat das ist hier der die geise kommt die jungen haben wir noch mal der vor oder noch und erholtig eine der die alina dabei mir nennt sehr große hilfe alle hatten echt gemacht der linie war mir eine sehr große hilfe nicht werden einfach nur stur und stupide auf den zu gerannt aber ich glaube ich mache die gleiche ich versuche gleich noch mal mit der mexik ich glaube das ist man nicht so viel glück weil ich dem einen herrn viel schaden vorgelegt hat deswegen gehabt hat den sofort mehr die gedrückt der russer kommt mit der nägel einer ist oben auf dem gebäudedach drauf noch einer von einer ist schon tot sowas oder wie bei dir am gebäude oben auf der terrasse erinnert aber einer schon da oben gestorben waren es wurde wo haben wir uns steckt durch ich höre sie laufen das hat sagen ich habe es dann wieder oben die kürz ja er hat es ja derzeit von oben das war echt cool da die die rottläufe die rottläufe mit erstreißen wird ich kann mir nichts teures kaufen hier weil es bringt nichts weil die da russen tut warum ist haben wir jetzt ein bot hier bei mir ich glaube mit dir wenn er jetzt ja das gauter von den abkampf verteidigung ich glaube in der hund ist keiner nein mann ich dachte in städtisch gestürtet gestürtet ja lila hat sie wieder ab jetzt ein ruhen lila kümmert sich kein meter drum wenn das stört natürlich stückte alle lehre der russe geht nicht ab der feld erzieht euch das geben vor dem also mal legen wir mal augenmerk auf den russen auf jeden fall der habe ich jetzt am besten problem ist die krieg keiner wurde ich schieße die lande hat vielleicht doch was da einmal hast getötet das ist der einzige kill den du bis jetzt hast du hast den russen getötet ich versuche mich halt immer mit dem russen direkt anzulegen da kommt dann habe ich nur die angeschossen aber das ist dort jawohl vor entdeckt hier keiner den langen tunnel du kannst ja einfach durch den tunnel rennen entdeckt keiner von denen also oben kleines hütchen also du bist gut oder ich bin ein halberes hütchen der ist und auch für dich er hatte viel 16 mit das war der der mann hätte im kleinen hüttchen der war da unten bei der da kommt sie zu zweit angeschissen die spaßten ich weiß was ihr gemacht habt ihr hättet einfach über den sporn rennen können die aber kein name da ist keiner beim tunnel der russ ist der einzige da oben war ein oder doch der weiner ich bin heute gestorben ich wollte ihn halt aus der von der früche unterholt ja ich gebe euch einen tipp wenn der russe tot ist könnt ihr arbeitet den tunnel rennen da denkt keiner den tunnel das ist der russe der den deckt wenn der russen totes deckt da keiner den tunnel ich bin einfach eiskalt durchgerannt ohne dass damit einer blockiert hat wir drängen uns alle gegenseitig ab bei uns und du hast den russen getötet wieder hast zwei kills gemacht auf geht's tunnel raschen los 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 lauf durch der tunnel man da ist keiner auf jetzt geht da ist keiner man orange guckt da ist keiner da ist kein mensch diesen tunnel vor besser keine technik das ist nur holz das problem wird jetzt sein die kämpfe namens born das gut möglich war auch anstatt schon mal den einen markt und einer entgegen vorsicht warte über der sorange er lila aber was wird noch versucht gehabt den dingen soll keiner von euch hat in irgendwie getroffen kein einziger den getroffen das klar ist klar ist das problem ist jetzt nur ich habe es keine fernkampfer habe nur eine mp9 er hat erledigt hier steht rosen aufgaben bauen ich brauche eine fernkampfwaffe scheiße habe nur eine mp9 ich habe überlisten habe für dich wenn du einen haben will ich glaube dass dort erst mal mit der schütze ja danke schön dass wir die eine seite gedeckt hat ich bin einfach so wunderschön darauf gesprungen dann verliert schon mal nicht zu null und nicht zu einem weißt du was ich jetzt mache guckt ihr mal der sehr gut vorankommt dann denke ich mal den spawnen wirklich dann halte ich immer ein bisschen vom spawnen ab das hat so gut funktioniert nicht wie er mich geholt hat was gäbe jetzt hier vor ränder vormann ich habe bei dir steht noch einer den spawnen schützen alter mann vor allem ich du mir bis jetzt fünf leute den scheiß board decken das bringt auch nicht ja dann ist schön du bist der letzte idiot was willst du doch groß decken man es kommt ja keiner gut so noch vier aber gut er aber muss aber die anderen drei haben ja kein Bild drin das sind kompletten Totenschädel und können vor allem als Brieger Setzerleinamts 1 sie waren eigentlich ein so als Tee hätte ich einfach gewartet jetzt wenn der kommt der wäre gekommen der Typ das hat 12.000 wie das Bord decken war ich jetzt nicht mehr glaube ich glaube auch jetzt mein Team ist stupid denn doch eigentlich der leider am Sport kämpft alle sind tot erkämpft am Spawner dann sind wir die dummen oder was natürlich bei den unten leutnant und jetzt wird dann noch zum Sporn was wartet was sagt der Leutnant man der Leutnant also Leutnant das war Leutnant ja auch sehr schön guter ich nahm gesagt hab ja so eigentlich nur noch den russen der ist hier bei mir da wurde es in dem Beutel drinnen auf der Karte auch letztlich doch am Arschalter holen ja genau dann wo ich netten da wo ich ihn jetzt in den in den zoomen wollte er sein hätte in den zoom aber dann wo ich raus und zum grauen wollte toll ich bin da mein Team ist so scheiße also muss ich jetzt abhauen er kriegt die strafe man kann auch haushoch gewinnen aber man muss auch haushoch verlieren können ach so jetzt halt mit zwei bots da ist ja geil das wird ja mal besser bei uns da stirbt doch meine Fresse ey also ich glaube jetzt Richtung Weinkeller Brücke 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 Alter ja man ist klar ja sind aber auch gute Gegner muss ich euch sagen so aber was mir gekauft hat 8 so gut gleicher Gedanke auf jeden Fall auch keine Sitzung Fransch und der Kemp bei ihm ein er war klar rechts mit einer durch den Markt kommen auch einer oder der kommt gar nicht noch der Kamerad da kommt noch einer rechts 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 war von dem geflogen hat das Spiel verlassen noch ne der hat keine Steam Lock-In und der fliegt da mal raus aus dem Spiel ja ich seh den gar nicht richtig der trifft mich voll hat oder was das denn haben oder sowas von dir gesehen hat ja ich ja auch aber eigentlich ist der Arm nicht unbedingt großartig Hitbox vorm Spiel er war eine Maulung Spiel aus er war eine Maulung Spiel aus er war eine Maulung Spiel aus das Alter ich denke der ist tot man wie viel schluckt der denn alter ja bleibt stehen ja keine Blätter in dem Feuer stehen und bleibt ihr gar kein Schaden das hallo 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 gamesman was was spielt ihr denn Counter Strike 1 welchen rank habt ihr Gold Nova 1 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 10 9 10 9 10 5 10 9 10 10 10 11 10 12 11 user lebt wird ja das fliegt man auch und und fortnehmen was sagt mir dass sie gleich bei der Tür um die Ecke kommen und gib mir von Hitschott ich wollte gerade rechte gleich Nein die Gäber diese Kildgeber von großen Seelen und siehstens eine Drück mal eher wenn du stirbst jetzt Runde oder ne vor uns zumal bei italien das wir haben schon mal geschafft mit 15 0 die erste runde zu verlieren die zweite haben einfach mal 15 0 gekauft dort zu spüren kommen zu meinen Kindern der Unten Wollt man an. Wollt eine Hand. Eine Geilte. Ah ne, sie hat eine Hälfte. Ah, scheiße. Erschluss hat wieder gefehlt. Wollt ihr, Alter? Wollt ihr, Alter? Alter, was, Mann? Ja! Genau, Alter, wie viel der geschluckt hat. Der kriegt 99 Schaden. Die berüchtigte 99er Mark. Ja, aber vor allem, den hat kein Mensch getroffen, oder was? Ihr habt nicht getroffen und bei mir, Alter, der hat mir irgendwie was... irgendeinen Schuss gegeben, der hat mein Typ einfach mal eisgehalten davon nach oben gehauen. Ja, ich hätte mal ein Handy war das. Oh, ja, einfach nicht stirbt, Alter. 44,99, Alter. Ich bin tot, der Roste kommt. Achso, ne, die haben wir, glaube ich, rausgepisch. Das ist nicht... Neffont. Stirb. Ich denke das ist jetzt. Gehlich. Wälder haben wir das mal auf. Das ist die Moment? Zu malem. Ich bin tot. uns zu verwenden. doch jetzt haben wir uns in Zuliebauer das ist die Bewerber natürlich das ist das die Silber sind alter Kalko Kumpel gesagt ist der Zeitlöschen weg ja ich gehe davon aus dass sind dicke fettes Mörs der Braut dass die die Prozent unterschiedlichen so mit diesem hart verlorenen ja, tschüss auf Wiedersehen tschüss